Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine jedoch nur um die Musikanteile gekürzte Version. Herzlich Willkommen. Sie hören kontrafunk aktuell an diesem Montag, den 6. Mai 2024. Heute sprechen wir über den digitalen Euro und vor allem die österreichischen Aspekte. Wir haben dazu Dr. Barbara Kolm eingeladen. Sie ist ehemalige Vizepräsidentin des Generalrates der österreichischen Nationalbank. Und mit ihr sprechen wir über die Vorteile, die Nachteile, die Fallstricke, die Risiken, aber auch den aktuellen Stand, was den digitalen Euro in Österreich angeht. Dann kommt bei uns der Jurist und Hochschuldozent Jürgen Braun zu Wort. Er ist für die AfD im Bundestag und er hat im Tumult einen Artikel geschrieben, und zwar unter dem Titel Demokratie neuen Typs. Was es damit auf sich hat und was die Transformationen in der Massendemokratie damit zu tun haben, das hören Sie im Laufe dieser Sendung. Dann kommt bei uns Annette Kleischmantar zu Wort. Sie will den Bau der Munitionsfabrik im niedersächsischen Unterluys verhindern und sie hat dafür eine Petition gestartet. Und Ines Taraschonek macht in ihrem Kommentar des Tages eine interessante Beobachtung zur Geschichte der USA. Ich bin Gernot Stanowski. Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Sendung. Sie haben es bestimmt mitbekommen, dass der AfD-Politiker Peter Bistron angeblich auf einer Tonbandaufnahme zu hören war. Diese Aufnahme sollte beweisen, dass er Geld von einem prorussischen Oligarchen bekommen hat. Man hört angeblich auch ganz genau, wie er mit den Scheinchen raschelt und das Geld zählt. Mit der Causa Bistron wollen wir uns jetzt nicht in der Tiefe beschäftigen, aber die ganze Geschichte mit den raschelnden Scheinen wird vielleicht bald der Vergangenheit angehören oder zumindest weniger werden, wenn er erst mal da ist, der digitale Euro. Die Vorbereitungsphase zur Einführung ist schon letztes Jahr gestartet. Nächstes Jahr soll der EZB-Rat den Beschluss für die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. Wenn man das so liest, hat man das Gefühl, die Sache ist schon ziemlich in trockenen Tüchern. Es gibt aber auch Stimmen, die sich kritisch mit dem digitalen Euro auseinandersetzen. Eine davon gehört Frau Dr. Barbara Kolm. Sie ist ehemalige Vizepräsidentin des Generalrates der österreichischen Nationalbank. Guten Tag, Frau Dr. Kolm. Grüß Gott, Herr Danowski. Rein technisch gesehen, erklären Sie uns mal bitte, was soll er eigentlich sein, dieser digitale Euro? Ja, wenn das alle schon ganz genau wüssten. Die EZB hat einmal ganz klar gesagt, dass der digitale Euro der geldpolitischen Autonomie Europas oder vor allem der Eurozone dient, um diese sicherzustellen. Dann soll er natürlich die europäische Unabhängigkeit und Stabilität stärken. Ein weiterer Grund, warum die EZB den digitalen Euro-Boost ist, also auch eine Euro-Raumweite Akzeptanz und Verfügbarkeit von Zahlungsmitteln sicherzustellen. Und was sie natürlich auch noch wollen, einen hohen Schutz der Privatsphäre der Bürger sicherzustellen und dann noch natürlich die digitale und finanzielle Inklusion fördern. Also das sind so Hauptgründe der EZB und natürlich die Evolution des Geldes. Das ist ja die eierlegende Wollmilchsau, wenn man so will. Das ist natürlich sehr ambitioniert. Wie realistisch ist denn das? Also bindet man sich damit nicht so ein bisschen die Hände auch? Naja, wenn man davon ausgeht, dass bisher Bargeld der einzige Legal Tender ist, den wir haben und auch akzeptieren, ist das Ganze schon mit großem Fragezeichen zu sehen. Noch dazu die Funktion, die Sache Evolution von Geld. Ich meine, Geld hat sich seit den letzten Tausenden von Jahren immer weiterentwickelt. Die Vorteile des Bargeldes, glaube ich, liegen auf der Hand. Es ist anonym, es ist teilbar, es ist verstaubar, es ist robust durch die Unabhängigkeit von technischen Geräten. Es bedeutet die Gleichzeitigkeit von Leistung und Gegenleistung. Und das ist natürlich ein sehr einfaches Mittel, um eine Zahlung endgültig abzuwitcheln. All diese Dinge sind die Vorteile des Bargeldes. Und ob die mit einem digitalen Euro gleich abzubilden sind, stellt sich schon mit einem großen Fragezeichen dar. Die Hauptargumente für einen digitalen Euro haben Sie vorhin schon angerissen. Das ist der Kampf gegen die Geldwäsche. Es wird angeführt, das Bargeld ist sowieso rückläufig. Man folge da angeblich auch nur einem Trend. Ein digitaler Euro wäre ein öffentliches Gut und würde Innovationen fördern. Ist das Schönsprech oder, wenn man ganz ehrlich ist, ist da auch ein bisschen Potenzial drin? Gibt es da auch tatsächlich Vorteile? Also aus meiner persönlichen Sicht ist es schon sehr, wie Sie es so formulieren, Schönsprech. Natürlich haben digitale Zahlungsmethoden ihre Vorteile. Und es geht ja auch darum, die werden ja bis dato von privaten Anbietern angeboten. Dann stellt sich die Frage, es hat bisher eigentlich sehr gut funktioniert, warum sollte jetzt plötzlich eine Notenbank oder die EZB im Besonderen digitale Zahlungsmethoden forcieren? Also da gibt es eigentlich keinen Grund, zumindest der ersichtlich ist, weil Private konnten das ja bisher sehr gut. Und ich glaube, die Bevölkerung in Europa hat also auch diese Wahlfreiheit genossen, entweder mit Bargeld oder mit anderen privaten Zahlungsmethoden zu bezahlen. So gesehen, glaube ich, gibt es keinen Grund. Ursprünglich sagte man ja, dadurch, dass ein bekanntes großes Internetunternehmen auf die Idee kam, eine digitale Währung auf den Markt zu bringen, dass dann die Notenbanken aufgewacht sind und gesagt haben, sie wollen eine digitale Währung forcieren. Das ist aber schon einige Jahre zurück. Dieses Unternehmen ist gescheitert mit dem Versuch und daher stellt sich schon die Frage, warum müssen wir das jetzt im Euroraum auch als Nummer eins, als einzige Notenbank im Westen so pushen? Ich sehe da keinen besonderen Grund. Auf der Seite der EZB wird das Ganze ja auch ein bisschen genauer definiert, zumindest in ein paar Zeilen. Also für die Otto-Normalverbraucher wie mich zum Beispiel, da wird von sogenannten öffentlichem Geld gesprochen, das ist das Zentralbankgeld. Und es wird von privatem Geld gesprochen, das ist das, was Sie und ich auf dem Konto oder eben noch zumindest in der Brieftasche haben. Der digitale Euro soll jetzt angeblich diese Lücke zwischen Zentralbankgeld und privatem Geld schließen, weil mit dem digitalen Euro jeder Zugriff auf Zentralbankgeld hat. Erklären Sie doch bitte mal, was ist das für eine Lücke, die es da angeblich gibt und warum muss die geschlossen werden? Aus meiner persönlichen Sicht der Dinge gibt es überhaupt keinen Grund, eine sogenannte Lücke zu schließen, weil die brauchen wir gar nicht. Die Frage ist vielmehr, was würde es bedeuten, wenn dann plötzlich alle Europäer oder zumindest jene, die im Euroraum befindlich sind, wobei, da muss ich gleich eine Einschränkung machen, was wir bisher wissen, sollte ja dieser digitale Euro auch jenen Bürgern zur Verfügung stehen, die nicht im Euroraum leben, aber ein Konto bei einer europäischen Bank haben. Also warum das überhaupt nötig ist, diesen Schluss, den kann ich nicht nachvollziehen. Nummer zwei wurde ja gesagt, man wird diesen digitalen Euro, also diese Wallet, die digitale Wallet des Bürgers auf bis zu 3000 Euro reduzieren. Trotzdem stellen Sie sich vor, es würden dann alle Bürger im Euroraum diese digitale Wallet haben, was das an Liquidität den Banken entzieht und den Geschäftsbanken und das ist natürlich schon eine eigenartige Disbalance, in der man da bisher noch keine Antworten gegeben hat und ich stehe dem Ganzen sehr kritisch gegenüber. Was hat das für Auswirkungen, wenn jeder dieses Zentralbankgeld, also das private Geld in das Zentralbankgeld umwandeln kann? Hätte das nicht zur Folge, Sie haben das gerade erwähnt, dass eben auch Leute, die auch nur aus dem Ausland kommen, aber einfach nur ein Bankkonto innerhalb des EZB-Raums haben, den ganzen Markt mit Geld fluten könnte? Das ist ja das Thema genau und dieses Fragezeichen, das sich uns stellt und das sich jedem kritischen Beobachter stellt. Wozu soll das gut sein? Qui bono? Und ich erkenne den Grund nicht. Es gibt eine interessante Aussage seitens der EZB, nämlich die sagen auf europäischer Ebene, machen wir euch mal schön klar, Währungsthemen sind unsere Angelegenheiten. Da habt ihr gar nichts mit zu tun, ihr lieben Nationalstaaten. Wie fühlt sich das an? Sie kommen aus der österreichischen Nationalbank. Wie geht man mit solchen Aussagen um? Rollt man da nicht auch so ein bisschen mit den Augen? Naja, wir sind im Euro-Raum und die Österreicher haben sich also dem Euro angeschlossen und damit haben sie, wenn sie so wollen, sich der EZB unterworfen. Andererseits, und das ist etwas, was man eigentlich gar nicht oft genug sagen kann, spielt schon eine sehr große Rolle die Europäische Kommission und was in Brüssel da alles passiert. Nehmen Sie letztes Jahr diesen Verordnungsentwurf zum Thema Bargeld und zum digitalen Euro, der am 28. Juni letzten Jahres diese beiden Entwürfe in Umlauf gekommen sind, die da eben schon ganz klar von der Kommission kommen, also von der Politik kommen und eben die Aufforderung in sich bergen, den digitalen Euro auf die Welt zu bringen. Also die Aufforderung der Europäischen Kommission an die EZB. Das heißt also schon, das ist also durchaus politisch gewünscht und gewollt. Die EZB theoretisch ist ja politisch unabhängig und selbstständig, wie alle Notenbanken es sein sollten und auch sind, also zumindest in Österreich und im Euro-Raum mehrheitlich. Und daher stellt sich die Frage, warum mischt sich die Politik da ein? Und ist es jetzt auf Seiten der EZB einfach nur die Neugierde, technische Errungenschaften oder neue Methoden umzusetzen und dann einfach nur mal zu sagen, ja, wir wollen das Geld auf eine neue Ebene heben? Das wäre jetzt, wenn man es positiv formuliert, einfach nur die Neugierde oder das Experiment. Da frage ich mich aber, ist das wirklich die Aufgabe der Notenbank, das zu tun oder können das wirklich Private nicht besser und anders machen? Auf der Internetseite der österreichischen Nationalbank sieht man auch so eine schöne Grafik. Da wird darauf erklärt, wie weit wir mit dem digitalen Euro gerade sind. Und aktuell sind wir in der Vorbereitungsphase. Würden Sie mal erklären, was bedeutet Vorbereitungsphase? Also die Vorbereitungsphase aus meiner Sicht bedeutet jetzt natürlich die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen, die rechtlichen Gegebenheiten abzuklären, wie dieser digitale Euro dann eben funktioniert, wie das zustande kommt und wie das umzusetzen ist, was die Gegebenheiten zwischen den lokalen, also den einzelnen nationalen Notenbanken und den jeweiligen Geschäftsbanken sind, wie die Gegebenheiten zwischen den Geschäftsbanken zurück zur EZB sind, wie die Gegebenheiten zwischen EZB und lokaler Notenbank sind. Also all diese rechtlichen Rahmenbedingungen müssen geklärt werden. Und dann natürlich, wie die Use Cases ausschauen werden, wer dann tatsächlich den digitalen Euro in welcher Form zur Verfügung gestellt bekommt oder verwenden kann, ob dann tatsächlich beispielsweise Pensionen über den digitalen Euro ausgezahlt werden, was für Wahlmöglichkeiten der Bürger noch hat und so weiter. All diese Dinge werden in diesen Rahmenbedingungen besprochen, in dieser Vorbereitungsphase, bevor es dann, und Sie haben es zuerst schon gesagt, nächstes Jahr in die nächste Phase geht, wenn dann diese rechtlichen Bedingungen finalisiert werden. Dieses Jahr wird nicht nur auf europäischer Ebene gewählt, sondern auch, sagt man zumindest, auch wenn man noch keinen Termin hat, ein neuer Nationalrat in Österreich. Wie groß sehen Sie dieses Thema digitaler Euro in Österreich so als Wahlkampfthema? Jeder hat sich eigentlich dazu geäußert, die Grünen sind strikt für einen digitalen Euro. Von der ÖVP hört man, man möchte das Bargeld schon erhalten. Und das wird man auch die Neos mahnen, dass die Anonymität auf jeden Fall gewahrt werden muss und ein chinesisches Modell fatal wäre. Also jeder hat das Thema zumindest auf dem Schirm. Und es wird auch schon abgewogen, so nach dem Motto, es ist alles gar nicht so schlimm. Wie groß ist das als Wahlkampfthema in Österreich? Derzeit und vor allem vor der Europawahl am 9. Juni wird das Thema, so wie man das beobachtet, sehr flach gehalten, sage ich jetzt einmal bewusst, weil das natürlich schon sehr viel Sprengstoff birgt. Man kann natürlich durch Fehlinformationen Leute auch aufhetzen und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was niemand will. Was aber andererseits wichtig ist, dass man auch die Menschen informiert, was also Brüssel und gemeinsam dann die EZB plant. Und Nationalratswahlkampf wird sicherlich ein Thema werden, weil Bargeld ist, wie gesagt, gelebte Freiheit und vor allem Wahlfreiheit für Bürger. Das ist schon ein wichtiges Gut. Und in welcher Form man es bezahlen will, muss man den Bürgern schon die Wahlfreiheit lassen. Und das ist ja auch etwas, was Sie sagen. Sie sind ja kein expliziter Gegner des digitalen Euro. Sie wollen einfach, dass die Menschen die Wahl haben. Richtig, genau. Ich habe noch keinen Nutzen gefunden für den digitalen Euro, der mich persönlich anspreche. Aber vielleicht wird das dann noch klar, wenn man weitergeht und die EZB uns das dann im Detail vorstellt. Aber bis dato konnte ich diesen Nutzen für mich noch nicht erkennen. Aber vielleicht gibt es einen. Und das heißt dann aber auch, wenn er kommt und wenn er eingeführt wird, dann ist er auch da und dann werden ihn sicherlich auch Leute nutzen. Wie groß erwartet man sich denn im Bargeld-Lieblingsland Österreich die Nutzung des digitalen Euro? Was ist da die Hoffnung? Diese Antwort kann ich Ihnen leider nicht geben, weil da gibt es noch keine Erfahrungswerte. Wenn wir wissen, dass Österreicher am liebsten mit Bargeld bezahlen, dass aber natürlich moderne Zahlungsmethoden, also private Zahlungsanbieter, ob das jetzt Kreditkarten, Bankkarten, digitale Wallets sind, sehr gerne angenommen werden, vor allem von der jüngeren Generation. Aber dazu gibt es noch keine endgültigen Daten, weil das sind ja Vermutungen. Wir wissen ja noch nicht, wie dieser digitale Euro dann im Endeffekt ausschauen wird. Sie haben ja da auch so ein bisschen den Überblick, man vernetzt sich ja innerhalb der europäischen Zentralbanken sicherlich auch oder der Nationalbanken. Wie wird das dann im Ausland gesehen? Ich meine, da wird immer Schweden hervorgeholt, so von wegen, da kann man auch auf dem Heisel mit seiner Karte zahlen und alles digital und wunderbar. Schweden ist ja nicht das einzige Land, aber wie wird es im Ausland gesehen? Also das ist eine sehr spannende Frage, denn vor allem gerade in Schweden, wo sehr viel Bargeld los bezahlt worden ist, ist eine Tendenz wieder in Richtung Bargeld gegeben. Diese Statistiken haben wir in der Notenbank auf der dementsprechenden Website abgeglichen. Aber was noch viel spannender ist, wir sind ja mit unserer Free-Market-Roadshow-Tour, also der Tour, die wir über das Austrian Economic Center in ganz Europa in 35 Ländern machen, sind wir sehr viel unterwegs. Und ich war jetzt gerade die letzten Wochen vor allem in Südosteuropa am Weg. Dort ist überall eine sehr hohe Kritik gegenüber einem digitalen Euro oder einer digitalen Zentralbankwährung da. Die Bevölkerung will ihre lokale Währung, will Bargeld haben, will mit Bargeld zahlen oder zumindest die Wahlfreiheit haben. Und das ist schon sehr interessant, dass vor allem jene Länder, die wissen, was es bedeutet, wenn man die individuelle Freiheit verliert, dass also dort gerade der Wunsch nach Wahlfreiheit bei Bezahlungsmethoden auch sehr groß da ist. Das ist ja auch interessant. Davon hört man auch erstaunlich wenig, weil man sich sonst immer sehr positiv auf Schweden bezieht, wenn man sagt, aha, guckt an, die zahlen alle digital und so weiter. Wie kam das? Wie kam dieser Umschwung? Weil theoretisch haben die ja alle die Möglichkeit, auch mit Bargeld zu bezahlen. Ja, es hat keiner gemacht. Aber ich glaube, es wurde auch durch die Cyberkriminalität und die technologischen Probleme, die unter Umständen bei einem Lockdown entstehen können, bei Grids. Was kann passieren, wenn plötzlich keine digitalen Zahlungsmethoden mehr funktionieren? Deswegen hat man sich auch da wieder entschlossen, darüber nachzudenken. Das beste Beispiel war ja letzten November meines Wissens nach in Australien, als nur für 24 Stunden ein Server eines Telekom-Anbieters ausgefallen ist und ein Drittel der australischen Bevölkerung nicht mehr über ihr Handy-Zahlungen tätigen konnte. Das war so ein richtiges Wachrütteln, weil dann eben keine Milch, keine Buskarten, keine U-Bahn-Karten oder was auch immer gekauft werden konnten. Das ist etwas, was dann den Menschen doch zu denken gibt. Der digitale Euro ist in der Planungsphase. Im bargeldliebenden Österreich tickt man jedenfalls ein bisschen anders, denn dort will die FPÖ das Recht auf Bargeld in die Verfassung reinschreiben lassen. Über dieses Thema digitale Euro sprach ich mit Dr. Barbara Kollm. Sie ist ehemalige Vizepräsidentin des Generalrates der österreichischen Nationalbank. Frau Dr. Kollm, herzlichen Dank für Ihre Ausführung und für Ihre Zeit. Danke, Herr Danofsky, für das Gespräch. Liebe Hörer, kennen Sie mich? Sie diese Aha-Momente, in denen man wirklich baff ist, weil man etwas wirklich Neues erfahren hat? So einen Moment hatte ich neulich. Bei einem Bekannten, da gab es eine Fußballfrage und zwar, wer wurde in der Geschichte des deutschen Fußballs früher deutscher Meister? Der FC Bayern oder Schalke 04? Ich hätte Stein und Bein geschworen, es war der FC Schalke 1934. Aber, das wusste ich nicht, Bayern war tatsächlich zwei Jahre früher dran. Solche Aha-Erlebnisse, mit denen man andere auch noch so ein bisschen auf die Palme bringen kann, gibt es auch in der amerikanischen Ereignisgeschichte. Hören Sie dazu jetzt einen Kommentar von Ines Taraschonek. Wer sind eigentlich die politischen Nachfahren von Abraham Lincoln und den Abolitionisten? Welche der beiden großen US-amerikanischen Parteien trat Mitte des 19. Jahrhunderts bei ihrer Gründung mit dem Ziel an, die Sklaverei abzuschaffen? Die Demokraten? Oder etwa doch die Republikaner? Eine Mehrheit der Deutschen würde sich wohl intuitiv für die Demokraten und damit für die falsche Antwort entscheiden. Wobei dies eher weniger mit der Unkenntnis historischer Fakten eines zwar kulturnahen, aber im dennoch fremden Landes zusammenhängt. Schließlich werden auch in den USA selbst der Kampf für Bürgerrechte und gegen Diskriminierung aller Art quasi reflexartig mit den Demokraten verknüpft. Dass die Sklavenhalterfreunde von Scarlett O'Hara, überwiegend Anhänger der 1828 gegründeten Demokratischen Partei, gewesen sein dürften, scheint ein Umstand zu sein, der vermutlich wegen seiner verwirrenden Implikationen ebenso wenig zu Ende gedacht werden mag, wie beispielsweise die Verleihung des Friedensnobelpreises, an den Mann, der später als Kriegspräsident Nummer 1 in die US-Geschichte einging. Seit einigen Jahren ist aber zu beobachten, dass sich die Amerikaner zunehmend auch mit diesem Teil ihrer Vergangenheit beschäftigen. Ein mittelbarer Grund dafür könnte Donald Trump sein. Trump, der 1986 unter anderem zusammen mit der legendären Bürgerrechtlerin Rosa Parks die Ellis Island Ehrenmedaille erhalten hatte, nur um dann, 2016, noch während er sich auf der berühmten goldenen Rolltreppe im New Yorker Trump Tower auf dem Weg zur offiziellen Verkündung seiner Präsidentschaftskandidatur befand, innerhalb eines Wimpernschlags zum verabscheuungswürdigen Rassisten, um etikettiert zu werden. Diese Strategie des verängstigten Washingtoner Assemblishments ging nämlich nur teilweise auf. Abseits der CNN-hörigen Herde entstand mit einem Mal eine Wählerschaft, die beschloss, sich ihre eigenen Gedanken zu machen, anstatt sich, wie bisher üblich, verordnete Gedanken zu eigen zu machen. Seit sich die Trump-Unterstützer hinsichtlich ihrer jüngeren und älteren Vergangenheit auf Spurensuche begeben haben, sehen sich die Demokraten und ihre verbündeten Konzernmedien immer öfter zu unangenehmen Verteidigungsmanövern gezwungen. So mussten sich etwa die Faktenchecker von USA Today bereits 2020 mit dem Vorwurf auseinandersetzen, die Demokratische Partei habe 1861 den Amerikanischen Bürgerkrieg begonnen sowie kurze Zeit später den Q-Club-Sklan gegründet, nur um die Sklaverei aufrechtzuerhalten. Immerhin waren die von Demokraten regierten Südstaaten gegen den Norden in den Krieg gezogen, nachdem 1860 mit dem Republikaner Abraham Lincoln ein ausgewiesener Gegner der Sklaverei zum US-Präsidenten gewählt worden war. Die Wahrheitswächter von USA Today kamen indes zu dem Schluss, die Behauptung sei unzutreffend. Zur Begründung hieß es, die konsultierten Experten hätten zwar erklärt, dass es Demokraten gewesen waren, die die Sezession der Südstaaten und den Aufstieg des Q-Club-Sklans herbeigeführt hatten. Die Partei dafür verantwortlich zu machen, sei aber falsch. Die Vorlage für diesen armseligen Versuch der Geschichtsklitterung hatte in diesem Fall der amerikanische Historiker John Greenspan geliefert. Laut Greenspan war der Q-Club-Sklan durchaus eine paramilitärische Organisation, die den Interessen der demokratischen Partei diente. Und ja, diese sei zu diesem Zeitpunkt auch offen rassistisch gewesen. Nichtsdestotrotz sei der Klan aber nicht die demokratische Partei und die demokratische Partei nicht der Klan. Mit diesem Zirkelschluss, der per Definition von sich behauptet, ein Beweis zu sein, während er jedoch tatsächlich über keinerlei Beweiskraft verfügt, vollendete Greenspan seinen semantischen Drahtseilakt. Zudem wies er vorsorglich darauf hin, dass seither 150 Jahre politischer Veränderungen vergangen seien. Einen Zusammenhang zwischen der damaligen und der heutigen Partei herzustellen, sei daher nicht statthaft. Doch ist dem tatsächlich so? Oder handelt es sich hierbei lediglich um eine Jena-Expertisen, die wahr sein müssen, weil sie wahr sein sollen? Eine mögliche Antwort liefert ein kurzer Blick in die Geschichte. Im Jahr 1915 fand im Weißen Haus unter dem demokratischen Präsidenten Woodrow Wilson die erste Filmvorführung statt. Gezeigt wurde der Film »Die Geburt einer Nation«. Ursprünglich trug dieser den weniger unschuldig klingenden Titel »The Clansman« und pries den Q-Clubs-Klan als heroische Kraft für die Bewahrung der weißen Vorherrschaft. 1924 marschierten beim Parteitag der Demokraten in New York City 20.000 Clan-Mitglieder auf. Laut einem Bericht der New York Times von 2016 stellte der Clan seiner Zeit den größten Block innerhalb der Partei. Ab 1870 zogen erstmals schwarze Abgeordnete und Senatoren in den Kongress ein. Insgesamt 23 und allesamt Republikaner. Dagegen folgte der erste schwarze demokratische Abgeordnete erst 1934. Die Wahrheit mag schwer zu glauben sein, ist aber ebenso schwer zu übersehen. Das rassistische Erbe der US-Demokraten wurde 1865 mit dem Untergang der Südstaaten eben nicht vom Winde verweht. Fortsetzung folgt. Das war der Kommentar des Tages von Ines Taraschonek. Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Woran machen wir das fest, dass wir in einer Demokratie leben? Ja, unter anderem daran, dass wir am 9. Juni bei der Europawahl unser Kreuz machen können. Auch wenn sich unsere Republik von der alten Bonner Republik zur Berliner Republik gewandelt hat, so haben uns Wahlen ja zumindest immer begleitet als Merkmal der Demokratie. Und in all den Jahrzehnten waren viele stolz auf das, was demokratisch so gelaufen ist in Deutschland. In den letzten Jahren bricht sich aber das Gefühl Bahn, dass sich unsere Demokratie nicht nur zum Guten gewandelt hat, vielmehr noch, dass wir uns in einem Wandel befinden. Einer, der das sagt, ist Jürgen Braun. Er ist Jurist und Hochschuldozent. Er ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und menschenrechtspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Er sieht einen neuen Typus von Demokratie, die Transformationen der Massendemokratie. Er hat einen Text geschrieben im Tumult, über den wir jetzt sprechen wollen. Guten Tag, Herr Braun. Guten Tag, Herr Dornowski. Ja, der Titel lautet Demokratie, neuen Typs, Transformationen in der Massendemokratie. Wie sind Sie auf das Thema gekommen und was heißt das, Demokratie, neuen Typs? Ja, Demokratie, neuen Typs bezieht sich im Grunde genommen auf die alte sozialistische Tradition von Lenin und Walter Ulbricht, die eben Parteien mit Berufsrevolutionären durchsetzt haben und Abschied genommen haben von einer echten massendemokratischen Bewegung. Berufsrevolutionäre waren im Vordergrund, haben die Macht erobert und haben dann Lenin zunächst die Partei-neuen Typs gemacht. Und die DDR wurde dann beherrscht von der SED, die sich dann selber auch Partei-neuen Typs nannte. Und mich erinnert eben vieles, was wir so in den letzten Jahren erleben, nicht mehr an die freiheitliche Bundesrepublik Deutschland, die wir über Jahrzehnte schon gehabt haben, sondern zunehmend an eine Art DDR 2.0, in dem man etwas demokratisch nennt, in dem man so tut es, ob es Demokratie sei. Aber Opposition wird weitgehend weggedrängt, andere Meinungen werden verdrängt. Es gilt nur das, was die Regierung will und das, sage ich, ist die Demokratie neun Typs, die eben an Walter Ulbricht und Lenin sich orientiert. Der Text geht los mit dem Satz, bei der heute im Westen gängigen und weitgehend als alternativlos betrachteten Herrschaftsform handelt es sich zunehmend nicht mehr um einen klassischen freiheitlichen Rechtsstaat, sondern um eine Synthese der beiden Ideologien des Liberalismus und Sozialismus, getragen von einer Funktionselite, die über die Massenmedien verfügt. Wie begründen Sie diese These? Das ist ja noch eine Beschreibung der Entwicklung der letzten Jahrzehnte, sage ich mal relativ neutral, die ich übernommen habe von dem griechischen Philosophen Panagiotis Kondilis, die es dann von deutschen Gelehrten entsprechend auch weiter formuliert wurde, dass man eben sagt, wir kommen zunehmend weg von diesem ausgewogenen klassischen Liberalismus eines freiheitlichen Rechtsstaats und kommen immer stärker, das Beherrschender wird eine Funktionselite, Berufspolitiker plus Leute, jetzt sehen wir NGOs und dann eben ganz entscheidend die Macht über die Massenmedien, die eben jetzt in der Bundesrepublik Deutschland eben nach Kondilis schon in den 90ern, aber jetzt erst recht in den letzten Jahren eine stärkere Einfalt erreicht haben, als wir uns das vor Jahrzehnten noch vorstellen konnten. Was nützt das für den politischen Diskurs, wenn ich weiß, wir haben jetzt eine Demokratie neun Typs? Also wenn es richtig ist, was Sie sagen, ist das eine, aber was nützt mir das, wenn ich weiß, dass ich in dieser neuen Phase der Demokratie eingestiegen bin? Ja, wir haben die Klarheit im Denken, die Feststellung der Realität. Das ist ein Punkt, der denke ich ganz, ganz entscheidend ist, dass wir nicht mehr mit Wortgierlanden operieren, wie es eben typischerweise jetzt auch der Bundespräsident tut, mit das beste Deutschland, das es jemals gab. Und letztlich geht es doch immer darum, am Ende, am Ende für die Regierung da zu sein, die Regierung gut zu finden und die Erkenntnis, Erkenntnis der Realität, dass wir wirklich seit einigen Jahren zunehmend unter dem Druck stehen, dass im Grunde genommen Opposition sich rechtfertigen muss, wenn sie überhaupt noch auf die Straße geht, Demonstrationen im Sinne der Regierung gemacht werden, Stichwort Spaziergang, also gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, war etwas, etwas Böses, ja, der Spaziergang hat seine Unschuld verloren, hat der Bundespräsident gesagt, das muss man sich alles mal vorstellen. Das sind alles Dinge, die zeigen, wir sind in einer anderen Realität inzwischen angekommen, als das, an das wir uns gewöhnt haben, mit sicheren Grundrechten, mit einer gewissen Rechtsstaatlichkeit, die wirklich funktioniert hat. Wir merken immer mehr, es sind auch nicht einzelne Urteile, die komisch laufen, sondern es gibt eine Systematik, dass auch die Gerichte zunehmend sich im Sinne der Regierung orientieren und nur selten abweichende Urteile fällen. Also wir sind auf einer abschüssigen Bahn in Sachen freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat in Deutschland. Jetzt könnte man ja sagen, wir waren immer im Wandel. Heute ist das halt die von Ihnen angesprochene Transformation. Wo ist denn der große Unterschied? Also Sie haben es jetzt schon angedeutet, allein von den Urteilen von der Funktionalität des Rechtsstaates gibt es Unterschiede zu früher. Jetzt könnte man sagen, so ist halt vielleicht der Wandel der Zeit, oder? Also es gibt anscheinend eine große kognitive Dissonanz zwischen zwei unterschiedlichen Richtungen in Deutschland. Und für die einen ist das, was sie tun, Demokratie und sehr wichtig. Und für die anderen ist es Hanebüchen. Ja, es ist in der Tat vieles, was sich da entwickelt, Hanebüchen. Und Sie haben komplett recht. Demokratie ist eine Form, die in Bewegung ist, die nicht starr ist. Und es gibt technische Entwicklungen, die auch ein, was weiß ich was, noch so kluger Politiker oder auch Wirtschaftsboss nicht vorhersehen kann, die dann eben sich entfalten. Siehe bestimmte Möglichkeiten des Internets, bestimmte Dinge der Digitalität und so weiter. Insofern ist ein permanenter technischer Wandel da, der auch das Leben beeinflusst. Das ist komplett klar. Allerdings waren wir bisher stolz darauf, dass zum Beispiel die Grundrechte ganz klassisch interpretiert werden. In erster Linie, so hieß das liberales Grundrechtsverständnis, als Abwehrrechte gegen den Staat. Das heißt, der Bürger hat das Recht, auf das er sich berufst schützt. Der Wohnung, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Der Bürger nimmt dieses Recht auch gegen die Regierung, gegen den Staat wahr. Das ist das Besondere in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat. Und zunehmend kommen wir dazu, dass der Staat sich anmaßt, Umerziehung zu betreiben, also dem Bürger die Rechte einzuschränken. NGOs werden bezahlt mit gigantischen Millionenaufwänden, um den Bürger umzuinstrumentalisieren in eine Woke-Richtung, wie man das jetzt neudeutsch nennt. Andere Meinungen sind dann zunehmend nicht mehr vorgesehen. Und der Klassiker ist eben, an dem ich persönlich auch sehr hänge, dass ich den Meinungsstreit liebe. Und der Meinungsstreit kann auch und muss auch ins Grundsätzliche gehen. Zum Beispiel beim Thema Klima, nicht nur beim Thema Corona-Maßnahmen. Beim Thema Klima muss einfach die Frage erlaubt sein und die muss groß behandelt werden in allen Medien. Ist es gerechtfertigt, Deutschland zu zerstören, den Wohlstand zu zerstören, Freiheiten einzuschränken, nur um vermeintlich das Weltklima zu retten, obwohl dieses Deutschland das Weltklima überhaupt gar nicht retten kann, weil es viel zu klein ist? Das, was wir auf jeden Fall aber immer haben, ich habe es auch eingangs erwähnt, sind Wahlen. Also das ist doch mal ein Merkmal, was ganz entscheidend ist, was doch immer gleich geblieben ist. Oder würden Sie sagen, dadurch lässt sich jetzt gar nichts mehr ändern? Nein, das ist ja sicherlich der entscheidende Kern noch, dass es so weit wie möglich freie Wahlen gibt und unterschiedliche Parteien, konkurrierende Parteien. Und dadurch, dass wir als Alternative für Deutschland im Deutschen Bundestag sind, haben wir auch übrigens tatsächlich durchaus mitunter linke oder linksliberale Politikwissenschaftler mal eingestanden. Vor einigen Jahren gibt es eine Form von Opposition wieder, die leider lange weg war. Und wir tragen zur Belebung bei. Wir haben dafür gesorgt, dass Phoenix höhere Einschaltquoten bei Bundestagsdebatten hatte und so weiter, weil dieser Tiefschlaf, der unter Angela Merkels Konsensdemokratie ausgebrochen war, den haben wir durchbrochen. Allerdings ist es jetzt so, dass natürlich der Wahlkampf auch nicht wirklich freigeführt wird, wie wir das mal früher hatten. Wir erleben das. Ich habe es jetzt erst in den letzten Tagen wieder erlebt, dass ein Wahlkampfstand von uns attackiert wurde und wir daran gehindert wurden. Und die Polizei unternimmt so gut wie nichts. Der Kontakt des Bürgers zu einer Oppositionspartei wird gezielt von kriminellen Linksextremisten erschwert. Und der Staat übernimmt ganz wenig und sagt dann, das ist Deeskalation und wir machen nichts. Dabei würde es, wenn es ähnlich passierte in einem anderen Land wie zum Beispiel Ungarn, dann hätten wir einen Aufschrei, dass die Opposition sich im Wahlkampf nicht frei betätigen kann. In Deutschland ist es mittlerweile normal, dass in Hunderten von Städten, Kleinstädten, Infostände der AfD nicht ohne Sicherheitsvorkehrungen betrieben werden können. Das heißt, der Wahlkampf von uns auch gewaltsam versucht wird zu unterbinden durch Gegenaufruf. Und das findet unter dem Motto statt Verteidigung der Demokratie. Das heißt, hier maßen sich Menschen an zu sagen, wir sind die Demokraten und die anderen sind es nicht. Das ist natürlich ein klassischer totalitärer Ansatz und den benenne ich auch mit dem Begriff Demokratie neuen Typs. Das ist totalitär gemeint. Jetzt ist es aber von den Demokraten, die sie angreifen, vielleicht gar nicht böse gemeint. Vielleicht ist es auch gar nicht gegen sie persönlich gemeint. Aber wenn die wirklich der Meinung sind, dass sie als AfD demokratiegefährdend sind, wenn sie sich mal in deren Lage hineinversetzen, müsste man es nicht als Bekämpfung des politischen Gegners oder als Böswilligkeit bezeichnen, sondern auch als letzte Maßnahme, weil sie wirklich glauben, dass durch sie die Demokratie und die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet ist. Müssten sie da nicht auch ein bisschen, das soll jetzt gar nicht zynisch klingen, Verständnis zeigen? Ja, also wir haben überhaupt nichts dagegen. Das war immer Kern, auch seit mittlerweile elf Jahren unserer Programmatik als Alternative für Deutschland, dass es ganz viele verschiedene Parteien gibt, dass sich alle betätigen können und dass wir eben dafür sind, dass das ganz offen stattfindet. Was wir gefährden, ist nicht die Demokratie. Die Regierung wird in Deutschland übrigens traditionell nicht von der Opposition gefährdet. Sie ist typischerweise von Regierungen in Deutschland abgeschafft worden. Und die Opposition ist das besondere Kennzeichen einer freiheitlichen Demokratie. Eine Regierung haben sie in Nordkorea oder Iran oder China auch, aber sie haben dort keine frei sich entwickelnde Opposition. Und deswegen ist der Schutz der Opposition, die freie Betätigung der Opposition besonders wichtig, um eine Demokratie weiter zu entwickeln und weiter zu erhalten. Gefährlich sind wir nicht für die Demokratie als Alternative für Deutschland, als friedliche Oppositionspartei. Gefährlich sind wir für die Regierung. Und da versucht man natürlich mit allen Mitteln, auch der plumpesten Diffamierung oder mit der Überlegung ein Parteienverbot anzugehen, von Seiten der SPD insbesondere, uns zu behindern und verhindern. Kommen wir nochmal zu dem Thema Nationalstaat, das Sie in dem Artikel auch angesprochen haben. Inwieweit ist für die Transformation der Nationalstaat ein Hindernis? Ja, Transformation ist ja übrigens ein Begriff, nur ganz am Rande erwähnt, der im Koalitionsvertrag über 40 Mal bei dieser Ampelregierung vorkommt. Also ein ganz zentrales Vorhaben. Und Transformation in wirtschaftlicher Hinsicht ist da sowieso klar, Abschaffung weiter Teile der deutschen Industrie als Folge, aber eben auch Umformung des Staatswesens zu einem im Grunde genommen von oben dirigierten Staatswesen. Diese Transformation wollen wir verhindern, indem wir das klar benennen, dass die Transformation in eine undemokratische Struktur, die im Sinne von Walter Ulbricht sagt, es soll alles demokratisch aussehen, aber wir werden alles in der Macht behalten. In dieser zynischen Weise findet das statt, im besten Deutschland aller Zeiten. Unsere Demokratie hat sich gewandelt in eine Demokratie neuen Typs, die die Transformation der Demokratie zur Folge hat. Das sagt Jürgen Braun. Er ist Jurist und Hochschuldozent und seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und menschenrechtspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Herr Braun, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Vielen Dank, Herr Danowski. Willkommen zurück bei Kontrafunk aktuell. Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem Spaten in den Boden sticht, dann liegt das wahrscheinlich nicht daran, dass er gerade Gartenarbeit macht. Und wenn man dann doch sieht, dass zahlreiche Journalisten und Fotografen dabei sind, dann hat das natürlich den Grund, dass er öffentlichkeitswirksam eine Munitionsfabrik einweihen möchte beziehungsweise den Spatenstich dafür begeht. So geschehen Mitte Februar diesen Jahres im niedersächsischen Unterlös. Dort soll eine Munitionsfabrik mit mehr als 209 Arbeitsplätzen auch entstehen. Am Tag des Spatenstiches gab es auch Widerstand der Friedensaktion Südheide. Den Bau der Munitionsfabrik verhindern will auch Annette Kleischmann-Tat. Sie hatte schon mal eine Petition gestartet und 100.000 Unterschriften gesammelt. Sie kennt sich in der Thematik mit den Fallstricken und den Herausforderungen von Petitionen also sehr gut aus. Wir sprechen aber jetzt über Ihre Motive und Ihre Petition. Guten Tag, Frau Kleischmann-Tat. Wunderschönen guten Tag, Herr Danowski. Sie haben die Petition, kein Neubau einer Munitionsfabrik in Unterlös, ins Leben gerufen. Worum geht es Ihnen dabei und warum sind Sie gegen den Bau? Ja, als erstes, dieser Ukraine-Russland-Konflikt geht ja nun schon länger. Und man hat sich das ja immer angehört. Es wurde ja, also ich schaue mir auch immer die Tagesschau an, und zwar mit kugelsicherer Weste und einem Prosecco. Aber ich bin da immer wieder dabei, um zu wissen, was als nächstes so die Kriegsvorbereitungen bringen. Und man ist auch in die Gespräche gekommen mit den Mitmenschen. Und meine Position war immer, das ist nicht unser Krieg. Wir dürfen uns da nicht einmischen. Das ist nicht ein deutscher Krieg. Das ist ein Krieg, wo wir vielleicht mit Friedensdiplomatie oder gerade nur mit Friedensdiplomatie weiterkommen. Und dieser Punkt, den Sie ansprechen, das war dieser Punkt, wo der Spaten stach in die Erde und mich stach eine Tarantel in die Höhe. Also ich bin wie von der Tarantel gestochen, von der Couch hoch und habe gedacht, jetzt wird es ja richtig konkret. Jetzt trauen die sich wirklich noch nach 70 Jahren Frieden, fangen die an, in Deutschland einen Neubau einer Munitionsfabrik mit Rheinmetall zu planen. Und das war der Grund, dass ich diese Petition, Petition 2, mit dem gleichen Namen Rosenblätter im Irrgarten ins Leben gerufen habe. Jetzt leiten Sie natürlich direkt her, dass wenn eine Munitionsfabrik gebaut wird, dass wir sofort im Kriegszustand sind. Die Bundeswehr ist in einem katastrophalen Zustand. Die Panzer fahren nicht, sie werden ausgeschlachtet oder sind nicht da. Munition ist kaum vorhanden. Soldaten sind auch rar geworden, muss man sagen. Also ist jemand, der sich eine funktionierende, schlagkräftige Bundeswehr auch zur Verteidigung wünscht, gleich für den Krieg? Wissen Sie, Krieg ist niemals eine Lösung. Und wenn wir von Verteidigung sprechen, dann spreche ich von der Feuerwehr. Die Feuerwehr fährt raus, wenn es brennt. Und wenn jetzt die Soldaten, wenn es denen an Munition fehlt, also ich meine, Rheinmetall hat weltweit, glaube ich, 142 Fabriken, Munitionsfabriken. Also da kann man auch mal in die Warnlager der anderen greifen, falls es so wäre. Wichtiger finde ich, ist, dass von der deutschen Politik eine tatsächliche Diplomatie und Friedenspolitik ausgeht, dass wir die jetzt ausgemachten Gegner, Russland oder keine Ahnung, was als nächstes kommt, nicht als Feindbilder vor uns hertragen, sondern versuchen mit Diplomatie einen sogenannten Verteidigungsfall, der ja letzten Endes immer ein Kriegsfall ist, zu verhindern. Mit Munition und mit Krieg haben sie noch niemals in der ganzen Geschichte einen wirklichen Frieden hergestellt. Als ich Soldat war, ich war auch zwei Jahre bei der Bundeswehr, da habe ich mich immer gefreut, sage ich jetzt mal, wenn ich genug Material hatte, um den Auftrag zu erfüllen. Also wenn Luft im Reifen war, wenn der Panzer gefahren ist, ist der Staat nicht auch der Bundeswehr und den Soldaten schuldig, sie so auszustatten, dass sie ihrem Auftrag der Landesverteidigung nachkommen können? Gut, jetzt sind wir in einem ganz weiten Feld. Sie reden jetzt von einer Landesverteidigung. Ja, haben wir die dann vorher so dermaßen provoziert, dass wir dann wirklich uns verteidigen müssen? Wissen Sie, das ist so wie mit Ihren Nachbarn. Wenn Sie Ihren Nachbarn pausenlos ärgern, ihm den Müll über den Gartensaun schmeißen, Ihren Hund immer an der Straße langführen und der hat Angst vor Hunden, dann wird es irgendwann so weit kommen, dass Ihr Nachbar wütend wird und sie angreift. Das ist dann einfach so. Dann kann man sich natürlich hinstellen und sagen, ich habe mich hier nur verteidigt. Das Bessere wäre doch vielleicht, wenn Sie von vornherein ein friedliches Zusammenleben mit Ihrem Nachbarn versuchen und das Tag für Tag, dass Sie also Ihre Waffen, die Sie in der Scheune haben, gar nicht zum Einsatz bringen müssen. Kommen wir mal zu Ihrer Petition. Sie sind eine ziemlich erfahrene Petitionseinreicherin. Sie haben schon mal eine Petition lanciert und in Eigenregie über 100.000 Unterschriften gesammelt. Was sind denn Ihre Erfahrungen in Sachen Petitionen und demokratische Teilhabe in Deutschland? Meine Erfahrungen sind natürlich so, wir haben zwischen den beiden Wahlhighlights aller vier Jahre, hat das Volk ja im Prinzip fertig. Wir sind abgemeldet. Das einzige politische Mittel, was so in etwa, aber jetzt wirklich nur kerkisch und schmal, den Volksabstimmungen in der Schweiz ähnelt, sind die Petitionen an den Deutschen Bundestag. Hier dürfen wir uns zu Wort melden. Das heißt, wir dürfen Petitionen einreichen. Wenn das Quorum von 50.000 Mitunterzeichnern erreicht ist, bekommen wir auch nach Maßgabe nochmaliger Beurteilung eine öffentliche Sitzung und dann einen Bescheid. Die erste Petition war so, ich habe also auch auf demselben Wege, was wir vielleicht noch mal kurz sagen, Unterschriften gesammelt. Das ging damals unglaublich. Ja, die Leute waren, also ich kam gar nicht hinterher, wie viele Unterschriften ich im Briefkasten und so weiter hatte. Wir haben auch die öffentliche Sitzung bekommen. Und dann hat natürlich die Demokratie, die nun also mehr auf dem Papier steht als woanders, hat natürlich da auch noch Haken und Ösen. Das heißt, nachdem die Petition eingereicht war, habe ich dann natürlich einen Petitionsausschuss in Berlin angerufen, habe gesagt, ja, wie ist denn jetzt der Bearbeitungsstand und so weiter. Ja, da können wir Ihnen keine Auskunft geben, Frau Kleischmann hat. Ja, ja, ich würde auch gerne nochmal mit den zuständigen Ausschussmitgliedern. Nein, geht auch nicht mehr. Ich sage, ja, was ist da jetzt? Ja, Sie müssen jetzt warten. Das heißt, die Rollos gingen runter. Ich habe dann noch gefragt, ich sage, wo steht das? Ich habe alles gelesen, die ganzen Statuten, alles, was sie an Ausführungen haben. Und da haben die mir gesagt, das steht nirgends. Ja, daraus habe ich natürlich jetzt gelernt. Und wir haben dann zwei Jahre zugewartet, die 100.000 Menschen waren in alle Winde zerstreut. Wie gehen Sie also jetzt vor, um genau quasi diese Zerstreuung und diese Diffundierung der Kräfte zu verhindern und diese Hürde zu überspringen, dass es nicht irgendwie im Müll landet? Also, das Wichtigste daran ist tatsächlich diese Website. Das ist der Dreh- und Angelpunkt für diese Aktion. Auf dieser Website können Sie sich jeder selbstständig Unterschriftenlisten herunterladen. Einmal Zehnerlisten oder auch Einzelunterschrift. Auf diesen Unterschriftslisten steht auch unten, wie sie zurückgesendet werden können. Die Unterschriftenlisten, die mich erreichen, die kommen auf der Website. Da ist ein Punkt, der heißt Anzahl Mitzeichner, Tagesaktuell. Und wenn ich jetzt im Briefkasten oder per PDF insgesamt am Tag 75 Unterschriften habe, dann stelle ich das abends bis 20 Uhr an dem Punkt, an sein Mitzeichner, Tagesaktuell, wird das dann dort eingefügt. Und dann sehen Sie kumulativ, also im Moment sind wir, glaube ich, bei 393 Mitzeichnern. Es funktioniert eben nur, wenn der Volkssouverän jetzt tatsächlich mal souverän wird. Und vielleicht gibt es viele Zuhörer, die schon lange darauf gewartet haben, jetzt endlich mal sich zu versammeln unter einem Gesichtspunkt, der jetzt heißt, kein Neubau einer Munitionsfabrik in Unterlös, aber gleichzeitig auch für einen Friedensappell generell und prinzipiell ist. Sie müssen nur in dem Bundestag natürlich auch eine Forderung stellen. Und das ist eine sehr aktuelle Forderung, eine neue Munitionsfabrik. Ich finde diesen Prozess ganz interessant. Was passiert dann, wenn Sie diese Petition dann eingereicht haben? Kann es dann losgehen oder gibt es da immer noch Hürden? Wenn wir dann die Petition eingereicht haben, wie gesagt, der Dreh- und Angelpunkt ist immer die Petitionsseite und wir haben die öffentliche Sitzung gehabt, dann werden wir über, werde ich oder vielleicht sind wir auch dann schon ein größeres Friedenskomitee, die zusammenarbeiten, informieren, dass wir dann nach Berlin gehen müssen, um nicht zwei Jahre auf eine Antwort zu warten. Aber der Sinn ist jetzt, dass entgegen von Demonstrationen, die ja alle wichtig sind, aber hier haben wir eine Demonstration da und dort und hier auch nochmal und letzten Endes kommen wir nicht zusammen. Wir kommen nicht mehr kollektivistisch zusammen. Und vielleicht noch der Punkt, wenn manche jetzt sagen, ja, so ein Quatsch, machen wir das doch über Change.org oder warum denn so eine Mühe mit den Unterschriftenlisten? Diese Plattformen, da ist ja auch die Frau Wagenknecht mit ihrem Manifest für Frieden, ist ja auf der Change.org-Plattform mit 900.000 Mitzeichnern. Es ist allerdings nur so, das bewirkt nichts. Damit muss sich der Deutsche Bundestag nicht auseinandersetzen. Er muss sich nur mit Petitionen auseinandersetzen, die direkt nach seinen Regelungen und auf seiner Internetplattform eingereicht werden. Das andere sind Statements, Bekundungen, aber haben überhaupt keine politische Wirkung. Also, liebe Hörer, da merken wir, dass das mit den Petitionen und der Reihenfolge und der richtigen Herangehensweise gar nicht so einfach ist. Annett Kleischmann-Tat will den Bau der Munitionsfabrik im niedersächsischen Unterlös verhindern. Damit sie für eine Petition innerhalb von vier Wochen dann 50.000 Unterzeichner findet, sammelt sie vorsichtshalber vorher schon Unterschriften. Wer da mitmachen möchte oder sich das anschauen will, es gibt natürlich eine Internetadresse rosenblätter-im-irrgarten.de Frau Kleischmann-Tat, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Danowski, für diese Möglichkeit. Liebe Hörer, Sie wissen es, der Kontrafunk ist für jede Lebenslage gut. Gut, einmal für die Information, hier bei Kontrafunk aktuell, aber auch zum Feiern sind wir uns nicht zu schade. Am liebsten noch, wenn Sie mit dabei sind. Am 21. Juni, da geht es wieder rund in Dresden, da feiert der Kontrafunk vielleicht ja mit Ihnen Geburtstag. Es gibt jedenfalls noch Karten, die finden Sie auf kontrafunk.radio. Wir sind auch für die Lebenslage da, wenn es mal philosophisch zugeht. Und da sind wir beim heutigen Abendprogramm. Matthias Burchardt und Alexander Christ sind mit Philosophieren wieder am Start. Ich bin Gernot Stanowski. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut. Tschüss und bis bald. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Umbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende. Oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag. www.kontrafunk.radio 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 www.kontrafunk.radio